Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite 50 gegen 50 im Battle Royale Modus mit Razer Moin, 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 uns wird schon rumgeballert, hier baut sich einer hoch, ich komm mit, ich komm mit Geronimo, ich leb noch, nice Oh, geht schon los, so, wo gehen wir diesmal hin, wo ich nicht am Anfang sterbe Wo gewinnen wir dies? Man kann halt sich das, ich würde sogar sagen, dass wir irgendwo hingehen, wo viele sind Und dass wir dann eher bei den Teammates bleiben Ja, wo gehen die Teammates, sind das Problem? Ich würde sagen, die meisten gehen Salty Spring oder Retail Row Oder Tomatoes haben kann auch schon Nee Geh mal Retail Row, geh mal Retail Row Ach ja, Retail Row So wie sonst auch immer Erstmal ab nach Retail Row Raus Ist ja schon vor uns Immer noch in meinem Halloween Skin natürlich mit Sensor, ich liebe ihn 49 gegen 48, bis hier schon im Vorsprung Die Frage, wie viel Feinde sind neben uns und Freunde, das sieht man halt einfach zuerst nicht Das fies mit Fallschirm, dass es nicht sieht Du meinst Regenschirm Wenn man einen hat Ich habe einen Fallschirm Aber kriegst du hier keinen, weil du 159 gewinnst Da steht auch kein Chicken Dinner Ich habe eine blaue Sniper Weil ich glaube, weil es ein eigenes Event ist, zählt was hier nicht Ich habe eine Falle Und in unserer Nähe ist nirgends so ein Teammate Toll Ich habe eine Falle und werde sie erstmal aufstellen Da ist ein Tränkchen, aber noch immer keine Waffe Ah fuck Ah, schießt jemand Ja, das bin ich Ah Eine Waffe, ey fuck Ab einem Gegner Nice Ich habe eine Waffe, schock ab Immerhin Ja Ja Der Gegner ist ganz tot Noch eine Schock Toll Oh Gott Also war das deine Falle Ja Also wäre es nicht deinig, wäre hundertprozentig tot Deswegen steht sie auch da Sehr schön, sehr schön Gut passiert Ja Aber ich hatte gerade echt Angst Ich sehe keinen Gegner Wollen wir mal ein bisschen beisammen Weil hier sind glaube ich viele Gegner Keine Teammates Das Problem ja keine Teammates Hier ist wirklich doch ein Teammate ist hier in unserem Jahr Aber weiter weg Hier ist eine Shotgun für dich Und ich habe schon zwei Ich habe mich nicht Weil es ist keine Waffe mit zu haben Es ist ja ein bisschen Moni Ich habe eine Schatzkiste Wichtig Ich habe mal das Garagentor Hier oben drauf ist eine Kiste Ich wollte mir mal Noch eine? Ja Ich holz Ich habe ein Schild dran für dich Kannst du trinken oder hast du? Ich habe voll Ich habe noch einen für dich Oh, noch ja Wie dort noch mal? Einfach hier oben Danke Schälmeissen Klappchen Der Zaubertrank von Asterix und Kerlig Ja Aber es hier ist ruhig Ja die Türen sind auch noch über zu Im Teammate an unserer Nähe Ja Wird das da ja Mohnige schön mitnehmen munition und hier ist noch eine kiste ist ein teammate okay den nämlich mehr noch eine falle hier ist eine grün am 16 in der lilanes gar habe ich nämlich bei dem 16 ich brauche endlich mal ein bisschen was anderes als schluss du kannst ihn gerne nehmen für das video jetzt wieder genau werden wir nach einem bus aber meines gab ja ja wenn wir nach einem bus vorhanden so wird gemacht ja natürlich war der verbinde nehmen wir ein team ist übrigens direkt bei uns das leuchtet mir so die lampe da ist ein gegner wo da heisen ging da da vorne beim haus wo wir von dem kamen vom dach oh ja der partner oh ja ich brauche mich auch mal hoch oh gott erst hier was diese runde ja du bist hoch schön ich gebe das nice geschockt kann er da ich den noch ein gegner der rennt aber gerade weg meine richtung er baut oh gott noch ein gegner hinter mir wo wo da hauen hier der lebt aber trotzdem ist noch ein gegner vor mir das ist ja hier also ja aber da ist jemand nachladen zwei kills nice und da drüben wenn wir reinkriegen ich gehe von der seite vielleicht sehe ich ihn irgendwo da hinten nicht zugebaut verstehst naja die nach zugebracht ist da ich bin hinter ihm wo ist er wo ist er wo ist er da warum kriegst du denn alle krieg weil ich gut bin und recht sehr schön ich habe ihn so viel schaden gemacht ja voll drauf gemacht ich sage mein medipack bitte also ich muss nicht heilen also ja dann passt es ist ein paar oder so wieder bei dem hoppla hoppla ich bin sich gewordene team mit schnell wieder belegenden armen wir lassen niemanden zurückgestell 21 zu 33 ist leider nicht sehr gut nicht 21 zu 32 und ich sehe da ja nicht wo unsere verbinder sind aber und gehen wir zum verbindeten rund laufen hingegen ein bisschen das hat mir jetzt anbieten glaube ich ja aber die sollten eher zu uns kommen wir sollten eher in die zone gehen wir sind ja aber eher mittig würde ich sagen auch kann man das mal zu hingehen ja besser die beschützen nachgeladen ja passt ich kann auch immer busch werden auch schön kommen wir jetzt schon mal kurz die munition von unten sie kann so sieht so aus der einladung sind wir sind themen bilden gibt es hier ein sprachstatt für alle ich habe keine so kommt zu uns leute kurz das hause gucken haben wir schon du auch sehr schön immer alles mit immer gehen die ganz haust ich habe schüsse warum hat er gerade geschossen er hat auf unseren team mit geschossen kein scheiß alter also wo gehen wir hin schauen wir die sonne hingeht ok vier leute folgen mir glaube ich kann man zu 2 naja eigentlich folgen wir zwei tümpeln da oben im haus weise wo geht die sonne jetzt nun hin ok wir sind ja so ok 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 sind schon mal das so was dem haus da drin wir können richtig große fette base bauen ja alle zusammen wo war es wien war schon wieder hat das noch nicht ganz niedergestreckten ist ich laufe gerade ein bisschen alleine hast du irgendwie nicht der schlau ist ich sehe aber keinen gegen ich kann doch immer ein busch werden wenn ich will einen letzten busch noch zwei von uns gestorben wir bauen eine riesige base und du stellt sich daneben als busch ich taten wer es erst abgeknallt weil der busch im weg war und nein noch einer für uns tot was machen die denn überall alleine und wir gehen auch du grenzt übrigens auch sehr weit vom team weg ja ich will extra ein bisschen in die mitte ja da links ist ja sozusagen dabei ist das ist ein lager das ist eine brücke wir fahren gerade an und base zu bauen aber ich habe keine materiale wie kommt man da rein wir sind jetzt fünf leute in der base glaube ich das geht zu der wand aber gerade nicht äh du baust dir zu weit weg das war ich nicht achso war ich durch die das hier wäre gewuselig jeder platz hier irgendwo was hin da drüben rennt ihr wer da drüben rennt ein gegner 285 das baut sich ein oder baut sich hoch zu müssen ja durch trifft er mich ich ihn aber nicht der kann den eck geworfen wir haben hier die festzune kommt der leg rein und alle die munition auf einen gegner verborgen fliegt die raketen aber wo sind noch mehr hinterm stein und noch warum hast du es da ah das sind echt viele da geht die party ab 30 leute wahrscheinlich wäre geil ah von da drüben schießt auch jemand das sind echt überall wow 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 jetzt hab ich so hart getroffen kann man jemand aufheben auf gott die beine durch ich bin gerade dabei die beste reparieren da könnte es wirklich 32 sein ich habe auch keine fliegen zum glück nicht vom gegner stellen wir einen prank trinken wenn ich mir jetzt ein buschen ich gehe jetzt mal aus der base raus hinten und busch mich mal ein ich bin ein busch ganz unerfällig hier liegen übrigens raketen und boom warum auch immer ich habe jemand gesehen ich war so schöner busch ich leck mich ich wollte mir spaß machen keinen spaß davon ja oh mein Gott da ist jemand gerannt ich habe ihn ihm bezahlt mit einer sniper getroffen das sind halt so viele gegner drin ich habe ihn getötet einfach mal rüber ich habe was gedacht das ist ja schon sogar Kopfschuss da sind da hinten viele ach du kacke einfach rüberballern einfach rüberballern einfach rüberballern fuck oh Gott unsere ganze base ist kaputt ja die sind ja so viele 13 sind gegen 29 ich habe einen der hatcher denn das manchmal nein da ist ein paar drin ah fuck ich sehe dich du sauf ich versuche hier weg zu fliegen und nein so gut angefangen nein mit in allen unserer base echt ja ich sehe dich ich sehe dich du kriegst sie schon ganz die tot treff muss doch nicht ich hab drei leute geführt ich hab drei leute geführt ich bin sie komplett weg damit nächste nacht oder kannst du eine wiederbelebnis wenn das angeht nein oder bist du angriff ahhh 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 what the fuck oh Gott 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 mit dem normalen spiel abnehmen zu sehen als sechs leute ich hab dich ja nicht mehr viel reißen ob die noch 25 dann kriegen da sagt niemals nie einen schönen rock hat rein und das war es nicht reingeflogen drei leute zwei leute nach dem leben das wird nichts das ist ja sie müssen die sohn bald rein die zwei baut ist hoch der folge laufen alle vor jetzt ist das unter und fertig aber jetzt rechnen als wenn einen rocket hätte da richtig rein hat und haufen nichts reinklatschen für was war die falle ich habe keine wollte sie noch platzieren bevor es gibt er wollte es hier war nur platziert er steht aber von zonen ja ja er kann es nicht überleben ne unmöglich der andere wenn er nicht da schafft doch ein aber was soll allein gegen 25 leute und ja wurde schon lassen und schon rausgeschossen na leider verloren leute schade ich hatte vier kills schade ich habe drei also wir waren nicht schuld ich war sogar busch kurz ich war wenn man mindestens ein kill macht dann hat man keine schuld an den auf jeden fall ja na na ein kill mindestens und jeder an kill machen würden ja aber nicht vergessen wie gesagt bis ich glaube 17 dezember geht da ist das event hier noch das ist ein event das ist kein modus der firma bleibt also haut rein und gratis spielt wenn es mir gefallen hat lasst gern leichter schreibt das in die kommentare und bis jetzt beim nächsten leute abo da lasst nicht vergessen und viel spaß haut rein bis zum nächsten mal und tschau tschüss